Wo arbeitest du, mein Freund? Im Testzentrum. Echt, echt? Ja, ein paar Wochen arbeitslos. Im Testzentrum schließen wir alle. Ah, warte mal ab. Dem trau ich nicht ganz. Alter, Testzentrum war schon geil, Mann, Digga. Ihr schiebt immer so heftig rein, so. Mund oder Nase, was hast du gemacht immer? Nase. Nase, warum habt ihr es immer? Bis Gehirn, Alter. Einmal hast du rausgezogen, da war ein Stück Gehirn dran. Die stechen richtig rein, so. Als würden die Gold suchen wollen, so. Weißt du, bist du so einer? Wenn die Patienten nerven, dann richtig rein? Alter, schlimm. Und du? Ich arbeite in einer Marketingagentur. Du hast nicht studiert? Nee, tatsächlich nicht. Fühlst du dich schlecht? Minderwertig, tatsächlich. Minderwertig, ja, Bruder, mir geht es genauso. Aber ich kann, wenn du Symptome hast, kenne ich da einen Typen, der kann mich fest. Bist du alleine hier? Nein, alleine. Mega, super geil. Alleine in einer Comedy-Show. Und dann auch noch in die erste Reihe sitzen. Du willst es wissen, wa? Ja. Hahaha.